Säure ist nicht schlecht. Es kommt darauf an, an welchen Ort und in welcher Dosis. Mit Wasser kannst du ein Kind ertrinken, du kannst aber auch seinen Durst stillen. Gerade der Magen und die Haut weisen einen sauren pH-Wert auf, zur Pathogenbekämpfung, was natürlich sehr nützlich ist. Immer wieder treten Diskussionen mit Medizinern auf, welche behaupten, es gibt keine Acidose, da der pH-Wert im Blut immer relativ konstant ist. Was dabei aber vergessen wird, dass der Körper etwas dafür tun muss, dass jener aber auch unter sauren Bedingungen so bleibt. Es ist ungefähr äquivalent mit der Aussage, 51% der Treibhausgase kommen aus Methan von Kühen. Nur es riecht hier ja gar nicht nach Pups, also muss es ja eine Lüge sein. Es ist so ein bisschen mit verbundenen Augen durchs Leben gehen. Oft ist es schwierig mit einem Arzt zu diskutieren, wenn man nicht vom Fach ist. Deshalb mache ich dieses Video für euch, damit ihr mehr Infos habt und euren Arzt mit Informationen versorgt, die ihr noch nie gehört habt. So geht es zumindest mir immer. Die Verwendung zwischen Ernährung und Krebs ist mehrfach studienbasiert belegt. Der American Institute of Cancer Research, AICR, selbst veröffentlicht, dass mehr Obst, Gemüse, Körner und Hülsenfrüchte gegessen werden sollen in einem Fall. Komischerweise wird kein tierisches Lebensmittel genannt, welches zur Hilfe beitragen könnte. Ich erkläre euch gleich mal genau, womit das zusammenhängt. Es wird oft gesagt, es fehlen die Beweise, dass ein niedriger pH wird extrazellulär Krebs begünstigt. Moment. In dieser Studie sind neun weitere wissenschaftliche Studien verlinkt, von 5 bis 14, seht ihr hier, die genau diesen Sachverhalt unabhängig von Korrelationen kausal belegen. Woher kommt diese Säure? Von H-Plus-Überregulationen, das heißt H-Plus sind Protonen, genau genommen ionisiertes Wasserstoff, also H-Plus-Ionen. Oder eben noch Milchsäure. Um die Krebszellen steigt die Milchsäurekonzentration sukzessiv, sehen wir hier. Und der pH-Wert sinkt natürlich, weil stetig mehr Säure vorhanden ist. Und die Krebszellen natürlich einen anaeroben Stoffwechselweg gehen, das heißt ohne Sauerstoff, dazu gleich mehr. Wo wir bereits beim ersten Anzeichen sind, bist du ständig müde, kann es an einer Übersäuerung liegen. Bei übermäßigen Laktat, beziehungsweise Milchsäure, ist der Körper müde und die Muskeln. Das kennen wir alle von einer Fitnessübung. Wenn der Muskel brennt, das hängt mit dem steigenden Milchsäurespiegel an. Eure Körper verwendet jetzt einen anaeroben Stoffwechselweg und vergehrt den Zucker, da nicht genügend Sauerstoff zur Verbrennung zur Verfügung steht. Für den Körper ist es immer noch besser, zwei ATP aus Zucker zu bekommen, anstelle von gar keinem. Normal bekommt der Körper aber 36 ATP-Moleküle heraus, wenn genügend Sauerstoff zur Verfügung steht. Das heißt, euer Körper läuft auf Sparflamme. Klingt logisch. Kommen wir zum zweiten Anzeichen. Wenn du schnell außer Atem bist, das heißt, dein Körper fehlt Sauerstoff. Diese beiden Punkten greifen sehr aneinander. Bekommt dein Körper zu wenig Sauerstoff, muss er den Zucker schnell vergehren, so wie es Krebs nun mal tut. Weil kein Sauerstoff zur Verfügung steht, das heißt, er muss den anaeroben Stoffwechselweg nehmen. Kommen wir zu Punkt 3. Wenn deine Lebensmittel hauptsächlich aus tierischen Quellen stammen. Die meisten Pflanzen sind basenbildende Lebensmittel. Und jetzt sage ich als erster deutscher YouTuber auch warum. Sie haben als Stoffwechselprodukt Citrate, Sukzinate, Konjugate, Karbonsäuren. Ja, klingt sehr chinesisch. Alles nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass das Endprodukt dieser Vorbotenstoffe, die ich gerade genannt habe, beziehungsweise Intermediate, sind Bicarbonat-Anion. Das ist nichts weiteres als die deprotonierte Kohlensäure. Ich hoffe, es klingelt jetzt so langsam, weil genau das habe ich im letzten Video sehr, sehr thematisiert, damit ihr es jetzt leichter habt. Diese deprotonierte Kohlensäure kann dann wieder ein Proton aufnehmen. Wir haben vorhin gelernt, Protonen in einer Säure machen das Medium sauer. Wenn dieses Proton entfernt wird, entfernen wir Säure aus dem System. Das heißt, dieses Bicarbonat schluckt die ganzen H-Plus-Ionen, schluckt die Säure aus dem Substrat. Dabei entsteht dann Kohlensäure. Kohlensäure ist ein Molekül, was so nicht existiert. Es ist sehr instabil. Dieses zerfällt wieder zu H2O und CO2. Und somit ist die Säure neutralisiert. Und deshalb sind Pflanzen basenbildend, weil sie die Säure neutralisieren. Hingegen werden tierische Produkte, beziehungsweise Lebensmittel, ich möchte es nicht Nahrungsmittel nehmen, weil tierische Produkte können uns nicht nähren, weil sie kein Vitamin C zum Beispiel enthalten, was absolut essentiell für uns gilt. Wie zum Beispiel Fleisch, Eier, Milch werden sie sauer verstoffwechselt. Aufgrund ihrer hohen, schwefelhaltigen Aminosäure wie Cystein und Methionie. Wichtig ist, dass ihr in meinen Videos in einer Reihenfolge schaut. Weil die bauen aufeinander auf sukzessiv. Man kann auch keine Serie von hinten gucken. Dann beschweren sich nämlich ganz, ganz viele, dass sie bestimmte Dinge nicht verstehen. Na gut, selbst schuld, wenn man halt nicht sukzessiv halt das schaut. Es gibt auch gute Säurebildner. Kennen wir alle. Zum Beispiel Hülsenfrüchte. Wenn zum Beispiel Lysin oder Argin, also kationische Aminosäuren, positiv geladene, als Gegenspieler Chlorid, Schwefel oder Phosphor haben, werden sie sauer verstoffwechselt. Wenn der Gegenspieler aber eine organische Säure ist, wie zum Beispiel Glutamat, Aspartat, haben diese keinen Einfluss auf die systemische Azidose. Das ist das Phänomen. Das vierte Anzeichen dafür, wenn du oft sehr durstig bist, viel Salz konsumierst, sowie einen Kalziummangel hast. Es ist ziemlich egal, welches Salz du benutzt. Es wird immer ein Riesenthema gemacht. Wenn nicht 97% des Salzes reines NaCl ist, darf es sich nicht mal Salz nennen. Diese 3% an anorganischen Mineralen machen den Braten nicht fett. Wichtig ist, dass darauf geachtet werden soll, dass keine Trennstoffe enthalten sind oder Fluorid, weil das ist Gift. Oft wird erzählt, dass Salz keinen Einfluss hat auf den pH-Wert. Studien zeigen hier hingegen was völlig anderes. Studien haben gezeigt, dass je mehr Salz du konsumierst, desto saurer ist dein Blut und desto weniger Basen, wie gesagt, Bikarbonate, befinden sich in jedem. Kalzium wird genutzt, um Säure zu puffern. Das kennen wir alle. Aus euren Knochen. Der größte Kalziumlieferant. Warum? Weil Kalziumcarbonat, das Kalk, ist ein hervorragender Säurepufferer. Weil dieser kann wieder zwei Protonen aufnehmen. Einmal ein Proton aufnehmen, wird es zu dem Bikarbonat, wovon wir vorhin gesprochen haben. Noch ein Proton aufnehmen, wird es zu der Kohlensäure, die wieder zerfallen kann zu H2O und CO2. Und damit zwei Protonen aus der Säure sozusagen neutralisiert haben. In Studien geht hervor, das Problem, je mehr Salz konsumiert wird, desto höher ist deine Kalziumausscheidung im Urin. Das heißt, desto weiter minderst du auch deine Kapazität, Säuren zu puffern im Körper. Schwarzer Fals. Das letzte Anzeichen ist, wenn du ständig gestresst bist. Eine säurebasierte Ernährung stimuliert die Produktion von Hormonen der Nebenniere, so wie zum Beispiel Cortisol. Der Körper empfindet es als Stress, wenn die Base Bikarbonat im Körper sinkt. Das heißt, die Basizität abnimmt. Das ist Stress für den Körper. Und produziert als Reaktion Stresshormone. Dass diese säurebasierte Ernährung Nebennierenhormoneproduktion stimuliert, wird auch in kostenpflichtigen Tierstudien bewiesen. Siehe hier. Unten beide Gruppen sind säurebasierte Ernährung. Und oben völlig normale Konzentration der Hormone sehen wir hier. Und ebenfalls die Ammoniumausscheidung ist massiv erhöht bei einer säurebasierten Ernährung. Ich hoffe, ihr konntet wieder sehr viel lernen und ich konnte dem Mythos etwas auf den Grund gehen. Und falls ihr euch eventuell in ein paar Punkten wiederfindet, naja, dann wisst ihr ja jetzt auch so ungefähr, was zu tun ist. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Könnt gerne den Kanal abonnieren für neue Infos, um eure Gesundheit zu optimieren. Drückt gerne dabei auf die Glocke, damit ihr auch wirklich informiert werdet, wenn ich überhaupt ein Video hochlade. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.